Achso, komisch dass das zu ist. Achso wir sind da lang, na egal. Ja so ist schon besser. Wurde ich mich hier einfach mal runter. Aua! Arschloch. Zulauf. Achso, den Jumelin können wir uns auch nicht einsammeln, Ball voll. Andersrum. Deposit all. Partygirl? Hatten wir die nicht schon? Na gut. Fixed deck. Deposit all. Geht nicht mehr. Egal. Egal. Sozusagen. Deposit all. Egal. Mein Vieh. Das ist nicht mein Vieh. So. Ich hoffe, ich werde bald mal das mit den Fügeln holen. Aber definitiv nicht mehr diese Aufnahme. Da werde ich noch ein paar Tage warten. Mal gucken, wie lange bin ich hier noch. Unfassbar. Ja, so bestimmt nicht. Aua, aua, aua. Was ist das alles? Das ist mein Vieh. Was ist das? Ah, da war ein Vieh. Ah, ja. Okay. Ah, nicht schlecht. Von der Farbe. Hier sieht das aus. Die ist eines der neuen Ärzte, die mit Patch 1.2.3 glaube ich dazu gekommen sind. Das war 1.2, eh gesagt. Ja, 1.2. Das ist 1.2. Ah, ah. Mist Vieh. Also, ich will in der Gesundheit hochgehen und nicht runter. So, komm. Da ist noch eine Kiste. Meine Friese. Das ist ein Spinnennetz. Und so weiter. Und so weiter. Das kann man nicht anfangen. Raus zu gehen. So, machen wir doch mal. Und dann geht wieder die Quick-Stack-Orgie los. Habe ich das nicht da vorhin gemacht? Egal. Und dann prob' ich mal, ob ich schon ein bisschen bachmäßig was bauen kann. Okay, Typ-Ads. Blöcke und Co. Und so. Moment. So, 13 ist die Primzahl. Also, wenn wir daraus keine... Äh... Achso, da brauch ich einen neuen. Oder wie? Oh, ich halte... Na, das ist der Magier. Wo ist jetzt der... Ach, der Guide ist ja da oben. Was ist denn hier alles? Achso, das ist kein... Das Partygirl zieht hier auch ein. Na gut. Kannste erstmal hier bleiben. Ist ja wurscht. Wollen wir mit? Äh... Ahja... Alarmantik-Spiegel. Gut. Um da aus Bahnen zu machen. Alles klar. Dann brauch ich ja noch ein bisschen Erz. Oh mein Gott. So... Habe ich nicht schon Bad of Regeneration irgendwo? So... Moment... Ja... Ja... Und... Lucky, hasty... Ja... So... Irgendwann muss ich mal eine neue... Accessories-Kiste bauen. So... Ja... Ein bisschen bin ich noch... In die Höhle... Ah... Stopp... Das kann ich auch noch machen. Äh... Wenn ich schon mal einen sehe... Hm... Ich wollt mal gucken, was ich... Da muss ich nochmal den Guide befragen. Ja... Wenn ich die Teile dabei hätte... Ach... Schön... Hm... Movewind... Ich weiß nicht, wie es denn die Monster-Zeugs war. Habe ich nur noch unten verfrachtet. Monster-Zeugs... Zwei... Soul of Night haben wir auch nur 17... Da brauchen wir definitiv mehr... So... Crafting... First Flames... Stayed Home... 15 Soul of Night... Jo... Das können wir doch bauen... Und ich glaube dazu brauchen wir auch so ein Bücherregal... Um diese zu craften... Shop... Äh... Was haben sie auf Kohl... Auf Tasch... Naja... Ja... Das ist nicht so viel... Hm... Den würd ich mal wegtauschen danach... Bei dem kann ich doch nicht so... Ähm... Ich krieg Stacked... Nicht Deposit All... So... Ähm... 28... Huge... Ähm... Doch... Geht doch... Äh... Ja... Jetzt habe ich natürlich das auch mit reingestackt... Ich trottel... Egal... Monster... Monster Zeugs... Monster Zeugs... Das... Das... Das Monster Zeugs... Mann... Stehe ich da eins und nehme mir zu weit weg... Äh... Soul of Night... Genau... Jetzt müsste ich glaube ich auch in so einem Bücherregal stehen... Ne... Irgendwo haben wir... Da haben wir doch sicherlich eins... Zum Beispiel oben... Ja... Aber nur Cursed Flames... Na gut... 10% Damage... Wie es... Plus 17 Mana kosten... Ach... Die war auch scheiße... Äh... Sammons Unholy Faller... Powerwalls... Gut... Jetzt wollte ich noch was gucken... Crafting... Das brauchen wir dann zum Beispiel für die Flüschel... Äh... 25 Soul of Night... Gut... Das wollte ich nur wissen... Da ich mir die nicht... Ähm... In hoher Wahrscheinlichkeit nicht als erstes holen werde... Ist es mir egal... Äh... Genau... Aber halt der Formsache... Dass ich schon mal drauf vorbereitet bin... Und dann denke ich mal... Ist ne gute Idee... Äh... Magische Waffe... Wo hab ich die... Da... So... Ja... Egal... So... Dass wir da Platz sparen müssen... Ist noch nicht... Wollen wir jetzt nicht wegzuschmeißen... Würde ich mal nicht sagen... So... Auch wenn es nur eher symbolisch ist... Den Safe in die... Äh... Als Favorit markieren... Habe ich den Safe überhaupt schon ausgeleert? Nein... Nein... Ja... Ich bin auch schlau... Ja... 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 So... Würge und Deko... Zwei von... Drei... Und wie aus... Äh... Vanity... Vanity... Das ist auch... Da... Vanity 2... Moment... Vanity... Ja... Ja... Toll... Egal... Pff... So viel Scheiß hier... Moment... Lass ich da basteln... Nee... Eigentlich nicht... Egal... Später sortieren wir es an... Ja... Die hab ich dann weg sortiert... So... Nur... Aber... Äh... Warte mal... Vorher schaue ich noch mal ganz schnell nach... Wie viele... Genau da... 17... Immer noch... Hm... Ja... Haben wir die ganze in der Kiste vergessen... Ähm... Woll ich noch irgendwas anderes... Keine Ahnung... Jetzt hab ich es auch wieder vergessen... Ja... Angequest später mal... Wobei... Ähm... Ja... Komm... Machen wir sie jetzt schnell... Oh... Ich mach wieder eine Angequest... Ich bin ja eigentlich relativ schnell... Ich glaube ich hätte keine Tür haben... Ich glaube ich hätte keine Tür haben... Wer ist... äh... Surface Underground & Cavern... Okay... Na was hat er denn für mich hier... Stop... Äh... Brauch ich nicht... Brauch ich nicht... Brauch ich nicht... Was ist das... Edelhelo... Oder wie... Ja... Aber das hätte ich wohl... Ist nur ein bisschen heftig... So... Was wollte ich jetzt noch... Achja... Angeln... Nehmen wir mal die Grubbies... Die müssen wir auch schon ganz kurz machen... Ja... Die Köder lass ich... Moment... Da hab ich irgendwelche... Fishing Potion... Dauert acht Minuten... Nehm ich mal einen mit... Den muss ich aber manuell einschmeißen... So... So... Gehörtisch müsste der sich schon reichen... So... Dann muss ich manuell einschmeißen... Mal mit dem... Buff Button... Wie ich ein bisschen viel... Und das Bitter ist wieder gut... Schön geworden... Alter Schuh... Also das war ein Vieh... Den lass ich jetzt einmal durch mich durchhüpfen... Damit er mich nicht angreift... Das ignoriere ich auch gerade mal... Irgendwie noch Müll hier... Hat doch diesen Angelbuff... Das war wieder mein Vieh... Glaube ich... Das war wieder mein Vieh... Das ist ein Barsch... Geh weg... Holzkiste... Na gehts Potion... Auch nicht schlecht... Barsch... Ja genau... Bleibt genau in mir drin stehen... Tinkern... Blechdose... Also... Mein Vieh... Barsch... Das ist mein Vieh... Das war nicht mein Vieh... Das ist ein Barsch... Ich dachte überall... Auch an der Oberfläche angeln... Hm... Alter Schuh... Geh weg... Danke... Das dauert ja auch mal... Mit Unterlänge... Bis wir was gefangen haben... Was passiert ist... Das war mein Vieh... Barsch... Schnarch... 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 Barsch... Boah... Wie viel Barsch wir angeln... Das ist... Ja... Und Zinnbosen... Ich glaube das lohnt sich auch nicht... Von der Beute her... Das sind mehr... Ach ja... Gils Potion... Das war mein Vieh wieder... Was hier rum blubbert... Aber ich... Da geht ab... Was ist denn noch Strom... Was hier rum... Was hier rum... Ich habe schon ledig... Ich habe jetzt das war... Wir schlagen das unsere... Blechdose, Holzkiste immerhin, Barsch, Barsch, man wie viel Schleimwelle sind da, das war mein Pad, das war mein Pad, das war ein Barsch, achso, ne, dachte, Abgerissen, auch gut, Barsch, 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 das war mein Pad, das war mein Pad, das war ein Barsch, Es ist höchst spannend, Geh weg, Einmal noch eine Holzkiste auch wenn da irgendwie nix brauscht nicht drin ist immer Schnarch Hauptsache wir angeln Barsche und noch ein Barsch So drei Fische beziehungsweise zwei Fische hole ich noch raus und wenn der nicht bei ist dann reizt mir auch Geh weg Ja so Jetzt geht's den scheiß schneiden nochmal kurz an den Kragen So port ich mich kurz zurück Hallo Na ja Ein bisschen köder was wollte ich noch? Ah ja richtig Bevor es 7.30 Uhr ist Und genau gleich fängt es an zu regnen robot Nee Gut Notieren wir den Rotz mal ein Titanerz. So, da rein, das ist Müll. Ich glaube nicht, dass wir das verkauft kriegen, aber gucken wir halt mal. Zum Beispiel bei ihm. Wertlos, wertlos, wertlos. Gut, dann würde ich sagen, das war es dann auch mit dieser Aufnahme Session. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo ich mit hoher Wahrscheinlichkeit mir die erste Flüge holen werde oder den Restfarben, den ich dafür noch brauche. Wie auch immer, gerade mal gucken, noch mal eine Bestandsaufnahme. Erstens, was die Kohle angeht. Äh, Quick Stack, genau. Ja, da fehlt noch ein bisschen für die, wenn es die sein sollen. Für die Leaf Wings. So wie noch Monster Zeugs. Beziehungsweise zwei. Und da fehlt auch noch ein bisschen von beiden, wenn es jetzt die Engelsflügel oder Dämonenflügel sind. Ist aber auch egal. Äh, je nachdem was es wird. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem. Bis denn dann. Bis denn.